Okay, da sind wir wieder. Äh... Natürlich. Ich mag dieses sehr wenig. Aber geschafft. Damn. Wir haben irgendwie immer noch drei Continuos, obwohl wir gerade gestorben sind. Elektrik Exon 3. Mal gucken, was jetzt kommt. Ringe. La 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 la. Ist das der Endboss? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Wir machen erstmal so. Natürlich. Aber wenn das der Endboss ist, weiß ich nicht, warum das ja so schwer war. Damals. Jetzt irre ich mich auch gerade. Das ist er gar nicht. Okay, mach jetzt mal so. Spart ein bisschen Zeit. Warum da auch immer so viel aushält. Die Ringanzeige irgendwie nicht. Okay, besiegt. Und jetzt läuft. Ausweichen. Okay. Oh, drauf springen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, eher nicht drauf springen. Ich teste das nochmal. Doch, drauf springen. Loll. Ich mag den Endboss nicht. Wollen die jetzt? Ja, war es das? Da kommt ja. Loll. Inwiefern? Ähm, hab ich irgendwas verhälscht gemacht? Nein, ich glaub, wir haben das Spiel durch. Es gibt anscheinend irgendwo ein Emerald, aber ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ja, also ist das Spiel für mich durch und vielleicht ein Metales irgendwie, ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen und ja, bis demnächst.